Moin moin, ich möchte in diesem kurzen Video nur ganz schnell anreißen, wie man meiner Meinung nach am schnellsten und einfachsten ein Livery an seine eigenen Vorstellungen anpassen kann. Okay, los geht's nach dem Intro. So, was braucht man dafür? Am Prinzip braucht man eigentlich nur Paint.net, das ist ein Freeware-Programm, um das richtige Bildformat ein- und ausgeben zu können. Des Weiteren ist es empfehlenswert, noch ein Livery-Pack runterzuladen oder zwei Liverys, die man dann bearbeiten kann. Die müssen dann in den Community-Ordner, wo der ist, Developer-Mode anstellen und dann hier Virtual File System und dann bei Watched Bases und hier sind die Pfade für die wichtigsten Ordner, falls ihr die mal braucht. So, dann gehen wir hier wieder zurück, das machen wir aus. Dann empfehle ich den Flight Simulator im Fenstermodus zu betreiben, dann kann man nämlich immer super kontrollieren, was man da macht. Dann wählt man Liverys, also Lackierung aus, dann das Flugzeug, was am ehesten so seinen Vorstellungen entspricht, die Livery. Nehmen wir jetzt mal Blackpink. Okay, den sehen wir jetzt hier. Dann machen wir das Paint.net-Programm schon mal auf. Gehen wir jetzt hier in den Community-Ordner, wo wir dann die Livery-Packs reingeschmissen haben. Dann wählen wir das entsprechende aus. Das müsste Blackpink sein. SimObjects, Airplanes, Subo, Texture. Und da haben wir jetzt verschiedene Dateien und wichtig sind die DDS-Dateien. Davon gibt es einmal Fuselage, Livery, Livery Color, Tail Landing und Wings. Also was der Name schon sagt, Wings sind dann die Flügel beispielsweise. Dann nehmen wir mal den Wings und ziehen den hier rein. Dann sehen wir, hier ist alle schön pink. Dann könnte man jetzt einfach grün nehmen und das hier mit der Gießkanne einfärben. So, lassen wir mal ein bisschen was pink. Dann Datei speichern. Dann fragt er nach dem Dateiformat. Da habe ich hier BC7 linear probiert, das geht. Und BC7 sRGB geht auch. Also wer sie davon nimmt, scheint egal zu sein. Dann okay, speichern. Jetzt überspeichert er das. Und wenn ich jetzt ein anderes Flugzeug auswähle, ich nehme mal erst das schwarze. Und dann, wenn das so halb geladen ist, zwitsche ich zurück wieder auf mein pinkes Flugzeug. Und ich gehe mal hier zurück, dann kann man das Flugzeug ein bisschen drehen. Ihr seht, jetzt sind die Flügel grün, die Tragflächen so. Im Prinzip kann man so jetzt auch alles machen. Was ein bisschen problematisch ist, wenn ihr jetzt ein eigenes Logo oder so platzieren wollt. Wo ist das jetzt die richtige, was ist jetzt die richtige Stelle dafür? Da könnt ihr sonst ja einfach einen Stift nehmen oder irgendwas dergleichen. Und dann schreibt ihr hier irgendwas hin. Und dann seht ihr nachher, ist das hier der Flügel. So, und dann einfach speichern. Also das ist die meiste Arbeit im Prinzip, die korrekte Position dafür rauszufinden. Die Farbe war jetzt auch nicht so toll gewählt. Ich hoffe, dass man überhaupt gleich sehen kann. Aber wahrscheinlich sieht man es ein bisschen so. Eben kurz warten. Da ist er schon fast drinnen. Dann wähle ich wieder meine pinke aus. Und dann seht ihr nämlich, dass ich hier gekritzelt habe. Jetzt sieht man auch gleich, wie rum das ist. Und wo das ist an der Stelle. Hier, die es gekritzelt ist, von der Seite noch. Also das ist schon ein bisschen tricky, da jetzt die korrekte Position zu finden. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen probieren. Was ich noch erzählen könnte, ist dieses Livery Color. Öffnen. Da seht ihr jetzt, es ist alles auch durchsichtig. Und zwar ist das hier dieser vordere Bereich und dieser hintere Bereich, der eingefärbt werden kann. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe nehme ich denn mal, die jetzt besonders auffällt. Vielleicht einfach mal rot. So, jetzt färbe ich das mal rot ein. Zack. Das kann man also auch noch halbieren. Da kann man die eine Hälfte rot machen und die andere beispielsweise schwarz oder was weiß ich. So, dann speichere ich das mal. Zack. Welches Format? Jo, habe ich hier schon ausgewählt. Lackierungen. Dann wähle ich die wieder aus. Und dann das wieder aus. Hoffentlich war das jetzt nicht zu schnell. So, Escape zurück. Und jetzt seht ihr, was er mit dieser Einstellung alles rot gemacht hat. Und zwar trifft das zum einen diese Deko-Streifen, sag ich mal. Und dann dieses, dieses und hier die obere Spitze. Und ich glaube auch noch die Flügelspitzen. Also, wenn ihr da die Farben ändern wollt, könnt ihr einfach diese Livery Color hier ändern. Soweit war es das eigentlich schon, wenn ihr dann die richtige Position und so weiter gefunden habt. Wenn ihr sagt, oh, das war falsch, dann könnt ihr ja auch einfach rückgängig machen. Bis das wieder so ist, wie es war. Speichern. Zack. Das gleiche hier. Rückgängig. Speichern. So, und dann ist es alles wieder wie vorher. Kann aber trotzdem nicht schaden, wenn ihr euch eine Sicherheitskopie von diesem Ordner dann macht. Bevor ihr da mal irgendwie nicht rückgängig machen könnt. Oder weiß ich, dergleichen ein falsches Format gespeichert habt. Oder irgend sowas. Aber die Maschine sieht, seht ihr wieder so aus, wie sie mal original aussah. Was man dann noch machen kann, ist, dass man eben halt diese Thumbnails dementsprechend... Ich würde empfehlen, einfach einen Screenshot irgendwie zu machen. Hier dreht man sich die so ein bisschen, wie man meint. Schwupp, Screenshot, schneidet man das zu. Und dann kann man diesen Thumbnail einfach hier überschreiben. Im Prinzip Maße eben schnell schauen, welche Maße hat der Thumbnail. Eigentlich braucht man das, glaube ich, nur für diesen Thumbnail. Man kann aber auch Thumbnails Maul gleich machen. Hier stehen die Maße auf 600 mal 218. Dann hat man das auch schon mal ganz schön. Das heißt, man hat dann im Ausfallmenü, bei Lackierung oder wenn ich einen Flug starte, auch eben halt das Flugzeug so abgebildet, wie es aussieht. Und dann kann man auch, wie ihr seht, hier den Namen noch ändern. Dafür müsst ihr einfach die Aircraft-Config öffnen. Und dann kann man hier... Muss man mal gucken, wo dieses Pink da stand. Und dann kann man das ändern. Dann müsst ihr ein bisschen mit Vorsicht machen, dass ihr da nicht irgendwelche Dateien ändert. Wo der Part hinterlegt ist, dass er nachher die Dateien nicht findet. Aber da kann man es dann einfach mal probieren. Jo, das soweit ganz kurz zu meinem Liverys-Tutorial. Und ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Das Programm ist übrigens echt super. Ist irgendwie, glaube ich, mal für eine Universität irgendwie was programmiert worden oder so. Jo. Dann viel Spaß damit. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.